Liebe oder Manipulation eines Narzissen. Hat Ihr Narzisst Sie geliebt? Einen solchen Liebesbrief können Sie von einem Narzissen erhalten. Viele von uns fragen zu oft, warum tun uns Narzissen solche grausamen Dinge an? Was denken Narzissen wirklich? Können Sie Liebe empfinden? In der Lovebombing-Phase wirken Narzissen sehr überzeugend. Sie sagen uns all die richtigen Worte, die wir hören wollen. Wir denken, dass wir mit einem Narzissen so viel gemeinsam haben. Die gleichen Interessen, die gleichen Ansichten. Wir haben das Gefühl endlich verstanden zu haben, was das Wort Seelenverwandter bedeutet. Und doch fällt unser Märchenschloss sehr schnell auseinander. Den Moment, in dem sich alles verändert, merken wir nicht. Nachdem wir alle Phasen des narzisstischen Missbrauchs durchgestanden haben, fragen wir uns schließlich, wie das alles passieren konnte. Ist es überhaupt passiert? Ist es möglich, dass jemand, von einem Augenblick auf den anderen aus einem charmanten Prinzen zu einem sadistischen Monster wird? Ist es möglich, dass eine Person, ein Mensch, so gewalttätig und grausam sein kann? Ja, in der Tat. Hier ist eine sehr einfache Antwort auf alle Fragen zur narzisstischen Liebe. Es war überhaupt gar keine Liebe. Alles wurde inszeniert, um sie an die Liebe glauben zu lassen. Und sie taten es. Jetzt ist die Zeit gekommen, um sich zusammenzureißen und die schreckliche Erfahrung, die ihr Narzisst sie durchmachen ließ, zu verarbeiten und vergessen. Sie haben nichts Falsches gemacht. Es war eine Fälschung. Eine Fälschung eines Märchens. Nachdem ihr Narzisst mit ihren Gefühlen spielte, und ihre Selbstwertgefühl zerstückelt hat, und das über die längere Zeit, werden sie ihre Willenskraft brauchen. Eine Weile wird es dauern, bis sie ihr Selbstwertgefühl wieder etabliert haben, bis sie ihre Neugierde auf das Leben und ihre Freude zurückgewonnen haben. Sie werden aber es erfolgreich schaffen. Um ihnen zu helfen, schneller zu erkennen, dass das Märchen mit dem glücklichen Leben bis der Tod sie scheidet, nur ein verschwommener Rauch von narzisstischen Lügen war, teile ich heute ihnen einen Liebesbrief mit, der von einem Narzissten geschrieben wurde. Dieser Brief kann sie aufregen oder wütend machen. Es ist auch verständlich. Denken sie daran, solche verlorenen narzisstischen Seelen kümmert es überhaupt nicht. Geben sie den Narzissten keine Macht über ihre Gefühle. Ein sehr guter Freund von mir, als ich ihm die nächste schreckliche Geschichte meines Alltags erzählte, sagte zu mir, wenn du in einem Zoo bist, und ein Kamel auf dich spuckt, oder ein Affe ein böses Gesicht dir entgegenmacht, wirst du wütend? Ich war damals noch sehr jung, und bis heute habe ich die Lehre nicht vergessen. Man kann doch nicht auf einen Affen in einem Zoo böse werden, oder? Man geht lachend davon. So einfach ist das, nicht wahr? Nun, hier ist der Brief. Ich hoffe damit Ihnen zu helfen den Schmerz zu überwinden und die Realität so zu sehen, wie sie ist. Dieser Brief wurde von einem hochgradigen Narzissten-Judo als Beispiel mitgeteilt, um mögliche Opfer vor Verblendung zu warnen, und das Böse von unserem Leben fernzuhalten. Wenn Sie das Video mögen, teilen Sie es bitte mit den anderen, für die es hilfreich sein könnte. Abonnieren Sie meinen Kanal und klicken Sie auf die Glocke unter dem Video, um über neue Videos informiert zu werden. Hier ist es. Hier ist es. Lieber Opfer. Aber ich weiß, dass du das beste Gerät sein musst. Woher weiß ich das? Einfach. Ich habe dich ausgesucht. Verstehe doch, obwohl ich den Eindruck erwecke, dass ich dich vor einer Woche zufällig in einer Weinbar getroffen habe. Es war nur eine Woche. Es fühlt sich an, als hätten wir uns ein Leben lang gekannt. Ich habe dich ausgewählt. Ich halte Ausschau nach Leuten wie dir. Ich weiß, dass es ein Krankenhaus in der Nähe gibt, und viele Angestellten in dieser Bar nach der Arbeit kommen. Ich nutze öfter diese Bar, um meine Opfer zu finden. Aber ich möchte nicht über die anderen Opfer sprechen, weil ich mich jetzt ganz auf dich konzentrieren möchte. Ich habe dich mit deinen Freunden gesehen. Ich habe gesehen, wie du die Leute zum Lachen bringst und oft, wenn du etwas erzählst, wie sich die Leute zu dir wenden. Ich habe deine Mitgliedskarte gesehen, als du deine Handtasche an der Bar gelassen hast, also wusste ich, dass du tatsächlich im Krankenhaus arbeitest. Ich habe dich schon dreimal beobachtet, bevor ich dich angesprochen habe. Ich habe das getan, um sicherzustellen, dass du die Art von Opfer bist, die für mich richtig sind. Und? Schätze mal. Gute Nachrichten. Du entsprichst 70 Punkten. Ist das nicht aufregend? Ich interessiere mich nicht für dich als Person, obwohl ich so tue, als ob ich es wäre. Für mich ist nur das wichtig, was du für mich tun kannst. Ich werde natürlich so tun, als ob ich mich für dich interessierte. Deshalb habe ich einige Zeit damit verbracht, deine Spuren auf den Social Media Plattformen zu finden und zu durchsuchen. Hast du in letzter Zeit eine Freundschaftsanfrage von jemandem bekommen, den du nicht kennst? Ja, das hast du. Denn ich es war. Danke, dass du mich reingelassen hast und mir ermöglicht hast, mich auf deiner Seite umzusehen. Großartige Fotos. Du hast mir den Stoff gegeben, mit dem ich arbeiten kann. Du warst ein fleißiges Bienchen, die der Welt alle Orte an denen du warst und wohin du gehst mitteilte. Ich mag diesen Mann nicht, der auf deinen Bildern immer wieder auftaucht. Ich werde versuchen herauszufinden, wer er ist. Hoffentlich ist er dein Bruder oder dein Kusen. Ansonsten, wenn es sich um eine Art romantischen Interesse handelt, muss er gehen. Entfernt werden muss er. Er schien einfach zu freundlich zu dir zu sein und könnte mir im Weg stehen. Nun, siehst du. Ich kannte dich lange bevor du mich kanntest. Aber es fühlt für dich so an, als würdest du mich kennen. Dafür sorge ich. Ich denke mir viele fabelhafte und schmeichelhafte Zeilen aus, die ich dir vorsagen werde. Sie sind alle nur ein Mittel, um den Eindruck zu vermitteln, dass wir eine ganz besondere Anziehungskraft zueinander empfinden. Ich weiß, du stehst auf so etwas. Ich habe das Gespräch gehört, das du mit deinen Freunden führtest. Ich stand in dieser Bar ganz in deiner Nähe. Du hast über das Bedürfnis nach besonderen emotionalen Nähe mit denen, in die du dich verlieben solltest, gesprochen. Du glaubst an Astrologie und irgendeine Art von Spiritualität. Ich werde später mit dir darüber reden. Obwohl du vielleicht bereits weißt, dass ich auch spirituell bin. Dank deiner besonderen Kräfte, über die du dauernd sprichst. Ich werde dir sagen, dass deine besonderen Kräfte fast so stark wie meine sind. Weil ich schon so viel über dich weiß. Du denkst, du könntest dank deiner Kraft mich als deinen Seelenverwandten sehen. Leider alles, was ich dir über mich erzählte, war äußerst übertrieben. Ich bin großartig, ich möchte aber, dass die Welt mich als noch viel großartigeren Mann sieht. Also erzähle ich Lügen. Okay, ich erzähle viele Lügen, aber ich muss es tun. So bin ich. Du wirst aber nichts dagegen haben. Weil ich schöne Lügen erzähle, angenehme Lügen. Lügen, die dich zum Lächeln bringen und lachen lassen, die deinen Kopf verdrehen und dein Herz schneller schlagen lassen. Es ist nichts Falsches daran, dass ich dich gut fühlen lasse, denn das ist genau das, was du für mich tun musst. Ich werde dich verführen, verstehst du? Ich bringe dich dazu, dich in mich zu verlieben. Du wirst es wirklich genießen, das verspreche ich dir. Sogar garantiere ich es. Ich werde dein Herz im Sturm erobern und du wirst mich zum Schluss so lieben, wie du noch nie zuvor jemanden geliebt hast. Du wirst nie wieder jemanden so lieben, wie du mich liebst. Zumindest hoffe ich das. Ich hoffe wirklich, dass du diejenige sein wirst, die diese Leere in mir füllen kann. Mit deiner vollkommenen Liebe. Nein, es ist keine Hoffnung. Ich erwarte, dass du diese Leere in mir füllen wirst. Hoffnung ist doch nur irreführend. Deshalb habe ich dich ausgewählt. Wenn du das tust, werde ich immer gut zu dir sein. Es ist eine Transaktion. Wenn du aber mich im Stich lässt, lass uns noch nicht jetzt zu pessimistisch werden. Noch müssen wir nicht daran denken. Lass uns zuerst Spaß haben. Wie lange wird der Spaß anhalten? Das liegt ganz an dir. Ich werde meinen Teil tun, ich werde dich auf ein Podest stellen und dich zu einer Königin machen, und ich meine es ehrlich. Weil ich möchte, dass du mich liebst, mich anbetest und mich bewunderst. Ich möchte, dass du mich lobst und mich als deinen König anerkennst. Ein Prinz unter den Männern. Ich brauche das alles. Du musst verstehen, dass ich aus irgendeinem Grund, der mir nie jemand erklärt hatte, dieses quälende Gefühl der Leere in mir trage. Aber ich habe verstanden, dass ich mich viel besser fühle, wenn du mir große positive Emotionen entgegenbringst. Ich werde gut zu dir sein, damit du gut zu mir bist. Und dann werde ich wieder gut zu dir sein. Und so werden wir kreisen. Ich habe dir viel zu zeigen, ich habe viele Freunde. Ich bin ein beliebter Kerl. Ich verzaubere sie alle. Wenn sie nur wüssten, wie ich wirklich bin. Einige von ihnen würden wahrscheinlich nicht mehr mit mir befreundet sein wollen. Einige von ihnen würden wahrscheinlich um mich einen Bogen gehen. Aber sie wissen nicht, was ich bin. Und so muss ich mich also nicht um ihre Bedürfnisse kümmern. Ich weiß, dass du meinen Freunden nichts sagen wirst. Ehrlich gesagt selbst wenn. Sie sind meinem anziehenden Charme zu lange ausgesetzt, so, dass sie dir nicht glauben werden. Du könntest herausfinden, dass ich lüge, sorry. Schon wieder sage ich die Dinge voraus. Wir müssen jetzt noch nicht darüber sprechen, oder? Verstehe doch, jetzt ist es die beste Zeit, der beste Teil. Es ist alles Sonnenliebe und Romantik. Ich werde dich in Erstaunen versetzen, ja. Ich werde wahrscheinlich in etwa drei Monaten bei dir einziehen. Weil wir noch aufregendere Zeit zusammen verbringen können. Und ich kann bei dir alles was ich im Alltag benötige nutzen, ohne dafür zu bezahlen. Komm schon, es ist nur fair. Ich werde dir alles geben, also nehme ich auch alles für mich. So funktioniere ich. Was ich dir gebe, ist nicht echt, aber das spielt keine Rolle. Du denkst, dass es echt ist. Und das ist alles was zählt. Hey, wenn etwas genau wie die Wahrheit aussieht, und sich genauso wie die Wahrheit anfühlt, warum sich zu beschweren, oder? Ich kaufe dir viele wunderbaren Dinge, ich sage dir viele schönen Worte und ich mache es den ganzen Tag lang und auch die ganze Nacht über. Ich bin ein Experte, wenn es darum geht, verschiedene Möglichkeiten zu finden, um dir ein Kompliment zu machen. Kein Wunder, ich hatte viel Übung. Nun finde dich damit ab. Es ist auch besser so. Immerhin waren all die anderen vor dir nur eine Übungsplattform, so damit ich jetzt mit dir zusammen bin. Weil du die Richtige bist. Schau mich nur an, ich kann einfach nicht anders. Ich habe genau hier eine meiner Standardzeilen eingefügt. Auf jeden Fall möchtest du vielleicht ein paar Tage mit deiner Familie und deinen Freunden verbringen. Denn ich dich schnell von ihnen isolieren werde. Ja, sie sind nett, das ist mir klar. Aber ich brauche dich ganz in meiner Welt. Und es gibt keinen Platz für deine Familie und deine Freunde. Besonders deine Schwester gefällt mir nicht. Ich denke, dass sie ein Unruhestifter ist. Entweder das, oder vielleicht ist sie meine Nächste. Wenn es mit uns nicht klappt, wer weiß. Was schreibe ich nur? Natürlich wird alles klappen. Wir sind Seelenverwandte. Haha, hier geht es wieder los. Ich mache das so oft, dass es zu meinem zweiten Ich geworden ist. Ich kann es einfach nicht lassen. Kein Wunder, dass ich manchmal meine eigenen Lügen glaube. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass du jetzt die erstaunlichste, herrlichste und atemberaubendste Zeit haben wirst. Was wird jenseits von allem sein, was du jemals zuvor erlebt hast? Ich werde dich verzaubern, begeistern, faszinieren und in Erstaunen versetzen. Das Leben wird sich sehr schnell entwickeln. Wir stehen uns noch nicht sehr nah. Ich möchte, dass du die Richtige bist. Ich meine das wirklich so. Lass mich nicht im Stich. Ich erwarte es nicht. Ich glaube, ich habe alles diesmal richtig gemacht. Ich habe viel über dich rausgefunden. Du passt perfekt zu mir. Also, genieße diese Worte in diesem Brief. Verstehe sie, denn sobald du sie gelesen hast, werden sie verschwinden, aber ich werde bleiben. Sieh nur, ich werde für immer bei dir sein. Weil du jetzt mir gehörst. Und das ist meistens die Wahrheit. Also mit Liebe zu deinen sprudelnden Emotionen ausbrüchen, aber nicht zu dir als Person, mit Betrug und Fälschung. Dein Narzisst Wenn Sie das Video mögen, teilen Sie es bitte mit den anderen, für die es hilfreich sein könnte. Abonnieren Sie meinen Kanal und klicken Sie auf die Glocke unter dem Video, um über neue Videos informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal.